Ich bin zu cool schon bisher, es ist so wahr. Oh Gott, nein, es ist ein Jump in Run. Oh Gott. Nee, nee, es wird noch besser. Na? Hallo, Jörg. Hörst du mir drauf auf mich zu schießen? Ich finde das nicht nett von dir. Da reden wir später drüber. Okay. Darüber reden wir, wenn wir zu Hause sind. Okay, Papa. Ja, Papa. Magen kann es aber nicht so vor... Achso, ich kann ja auch. Yes, Daddy. Ja, fahren muss man schon können, ne? Ach Gott. Wo geht es denn hier lang? Nach unten. Du bist raus, angeblich? Ja. Keine Ahnung, was war. Ich... Es wurde einfach schwarz und... Du... du bist ein Idiot. Halt die Fresse! Ein Strike, wie ich ihn noch nicht auf YouTube bekommen habe. Gott sei Dank. Ich heiße nicht Con Crafter. Oh, war das ein Diss? War das ein Diss? War das ein Diss? Ich heiße nicht, Uli. Luca, ich würde mich selber ein Zerstörungsvideo freuen, dass du wahrscheinlich gar nicht selber machen wirst. Aua. Oh, war das der Nächste? Äh. Ne? Na? Siehste, ich brauche gar nichts sagen. Meine Zuschauer wissen, was es abgeht. Haha, welchen Zuschauer? Oh, du hast Loot gedroppt. Ah ne. Vor allem du. Das ist ein Hochlevel. Hier ist ne Hexe. Und ich rede nicht von meiner Ex. Autsch. Ja. Also ich bin heute auf Frontkurs. Verfolge in Anna, die Brutkönigin. Anna. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das zweite A ausgesprochen wird, mit dem ... Obwohl, eigentlich müsste es ja ... Ja, nein, das ist ja ... Keine Ahnung. Das hat irgendeine ... Äh ... Betonung. Also, als wenn das jetzt hier irgendjemanden jucken würde. Ich glaube, ich bin schon ablässig, aber ich bin schon im Ansteiger-Bink. Hey, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da. Hier. Wurm platzieren. Ja, das ... Okay. Nein. Reicht mit den Sexwitzen. Ah. 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 Ich hab' nur noch drei Schuss. Okay, ja, jetzt ist jemand. Ah. 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 Und tschüss, wo ist mein Loot? Ja, kommt hier gleich, wenn sie noch die andere geht, okay? Achso. Loot, 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 Loot! Ach da! Woah! Was denn? Ich glaub ich hab eine Schrotflinte bekommen. Es ist eine Schrotflinte, es ist eine Schrotflinte, es ist deine Schrotflinte, Jörg! Dann rüste sie mal aus. Hab ich schon. Mann, ich würde auch so gern mit 3000 Zuschauern streamen, ey. Gib den ganzen Film wie Arsch und Zeit. Aha, aha. Ja, hör bloß so. Wie komm ich da hin? Komm her, du! Oh lol! Ähm. Jörg? Nein. Es ist... Es ist... Hall! Ey, ich hab's geschafft! Guten Tag! Ey, wie weit hinten bist du denn? Oh, schaff ich das? Oh Gott, ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Und tschüss! Achso, du wolltest da... Ne, das schaffst du nicht. Ja, aber du weißt ganz genau, was ich meine, ne? Ja. Du wolltest... Ja. Äh, schau dich mal bitte um, ob du hier vielleicht irgendwo so ein Leuchten siehst. Außer... Ja, hier. Außer das. Ja. Wenn du in der Frur weißt, die müsste hier irgendwo sein dann. Hm. How about no? Werner! Wo krieg ich eigentlich auch so ein, so ein, so ein langes, dickes Ding her? Ja, das ist schon geil, oder? Wo krieg ich das her? Gute Gene. Was? Das ist sogar... Das hab ich gedroppt bekommen. Ah, cool. Wem musstest du dafür wortwörtlich... Äh... Nein, komm, reicht. Ich sag... Nein, es reicht. Ich sag's nicht. Wem muss... Oh Gott. Ja, nein, alles gut. Nein, nein. Aber es ist Twitch, da geht das... Da geht das alles. Auf Twitch... Können... Hohe Streamer sogar ihre Quinten zeigen und sie werden nicht gebannt. An... Auf der R, hab ich gehört. Wie genau mach ich nochmal nen Finisher? Mit G sagst du? Mit G, wenn der... Wohohoho, geiler Scheiß. Ja. Komm mal her, hier. Wo treffst du dich denn hier schon wieder? Putz. Nee, hab ich will. Hab ich will. Geil weiter. Wie bist du hin? Äh... Äh... Schock, oder? Hohohohoho. Kommt da auf einmal... Gute Federung. Sliding in your DMs like. Ähm... Dann lass uns lieber zur Schlucht. Also schluck da... Spock. Du bist unser Reiseführer, Jörg. Du bist unser Reiseführer. Ja geil, dann auch zur Schlucht. Das ist... Tobias, Alter. Nee, Tobias, du darfst nur mitspielen. Nur Subs dürfen mitspielen. Ich, ich, ich schreibe mir auch die Namen der Subs auf die Wurst. Ich, ich, ich bin der Realist one, das reppin'. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh, mein Gott. My whole life, my words been my greatest weapon. I know I... Ich muss nicht mehr sein. ... Du bist ein travail. Ich Praise, Gott.